Willkommen! Was meinen Sie, wird man als Führungskraft mit magischen Talenten und Fähigkeiten geboren oder ist das ein Beruf, den wir erlernen können wie jeden anderen auch? Zweifellos gibt es Menschen, die kommen einfach herein und dann gibt es Menschen, die betreten einen Raum und erscheinen. Sie sind präsent und haben sofort die Aufmerksamkeit von allen Anwesenden. Es ist daher eine wichtige Frage, ob wir uns eine solche Führungsaura antrainieren können. In diesem Onlinekurs geht es um die Grundlagen der klassischen Führung und die können wir erlernen. Es geht in diesem Kurs um ein breites Überblickswissen. Es geht nicht um Details, aber es geht um große Zusammenhänge, die für Ihren Führungsalltag und für Ihren Führungserfolg besonders wichtig sind. Wir werden auch einige tiefe Einblicke in die Führungsarbeit nehmen. Es geht um Ziele und um Entscheidungen als Beispiel. Und am Ende des Kurses werden Sie auch wissen, welche Themen Sie besonders interessieren und wo Sie sich vielleicht daher vertiefen wollen oder wo Sie einfach noch für sich selbst einen Entwicklungsbedarf sehen. Machen Sie sich fit für Führung! Machen Sie sich! Machen Sie! Machen Sie! Machen Sie! Machen Sie! Machen Sie! Machen Sie! Vielen Dank.